Scheiße. Oh, hier will ich eigentlich nicht lang. Wollen wir unten an der Straße lang rennen? Wo sind wir denn hier? Na oben am Ressort. Ekelhaft. Ja, an der Straße sind wir halt direkt von Snipern gegenüber. Ach komm, wir gehen hier hoch. Was soll's? Du rennst immer in den Hof? Ja, ja, ich bin auf dem Dach. Was auf dem Dach? Ja, gegenüber von der Garage. Bist du ja ins Haus, oder? Ich bin im Haus. Ich tapf hier rum. Da will ich gar nicht raus. Ich würde durch den Keller und dann hinten die Treppe hochlaufen. Das wäre so mein Plan. Du kommst? Ja, ich bin jetzt quasi vor dir. Bist du schon draußen? Ja. Okay, ich komm hoch. Okay, hab dich jetzt sehen. Okay, hab dich jetzt sehen. Was war das? Aufpassen nicht, dass er noch einen Mate hat. Dann verlustiere ich mich mal. Ich glaube, ich guck mal, wer hat den erschossen. Gut, ich. Alter. Das arme Schweine bestimmt ein Disconnect gehabt. Einweder Disconnect oder hat seinen Start verschlagen. Das kann doch sein, ja. Jedenfalls wird er geschröpft. Aber es ist gut, da habe ich genug XP. Es sollte kein Ransruh werden für die Quest. Ich denke mal, können wir gleich uns rausbegeben. Kaffee, 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 Kaffee. Ach, du hast noch Dienst bis 22 Uhr? Danke, Oxi. Herzlich willkommen, grüß dich. Ihr gönnt ihm nichts. Nee, Darkoff ist ein hartes Pflaster. Da wird keine Rücksicht genommen. Ist das ein Gegner? Naja, buh. Ist auch mal gut, wie er ein bisschen Zeug mit rauskommt. Der Sash ist zwar voll, aber... Farben ist besser als nicht Farben. Wir sind wie die Geier, also ich jedenfalls. Ich geiere alles weg. Geier aber alles weg. Mhm. Uiuiui, da wird kotzen, wenn er zurückkommt und tot im Dreck liegt. Brauchst du für... Das ist glaube ich jetzt sogar für die... ...Cansman's Part 6. Da zahlst du dich dumm und dämlich. Boah, ich habe schon wieder 120er Ping. Sehe ich nicht ein, dass ich da 140.000 Euro für den Kripp bezahle. Was sind denn hier? Ich frage mich nicht, wo wir sind, Alter. Ach doch. Ah doch, ich weiß es, komm. Wir sind eigentlich ganz gut gespawnt. Müssen bloß aufpassen. Prüben rennt einer. Mist. Da will er noch seine Granatenkills erzwingen. Das Rapperbett, genau. Und das brauche ich auch. Ach, das ist ein Skeft. Ich glaube, hier drinnen ist schon alle. Ja. 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 Ich versuch dir grad hinterher zu kommen. Ja. 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 Die Tür war schon oft, hier ist einer drinnen. Wo hast du? Ja, geradeaus hin ist auch gerade was reingeflitzt. Ach so. Deswegen musste ich noch kurz warten. Mach mal hier die Tür zu. Geh doch zu, du Scheiß Tür. Ach so, ich dachte, ich habe sie schon zugemacht. Ja. Ich schwemme ich mal ein. Warte. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Steps, die ich gehörte, sind genau da, wo wir hin müssen. Oh, es kommen zwei. Gut. Okay. Hast du alle zwei erschossen? Jaja. Okay, krass. Stefan, Junge, ein Tier. Brenz? Nee. Leg jetzt meinen Arm dran. Okay. Oh, ich hab schon unseren Scheiß-Ping, Alter. Hab einen. Der hat gehört, wie du dich geflickt hast. Und wollte dich vernaschen. Noch was. Aber von der anderen Seite. Da, wo wir hergekommen sind. Okay. Ich bin tot. Er looted. Jetzt müsste ich halt die drei Leichen, die da liegen. Da, wo wir zur Tür reingeschossen sind. Warte. Wo kam der rein? Durch den Durchbruch, den wir vorhin entdeckt haben. Okay. Der ist da reingekommen. Ich saß noch unten an der Tür. Ach, dort hast du gesessen. Also der wird mich jetzt looten. Ja. Und der wird dann die anderen zwei Leichen, die da liegen, auch noch looten. Warte mal. Warte mal. Ich hab ihn hingekriegt, aber frag mal. Frag mal nicht. Was? Hä? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Hä? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Hä? Motherfucker, Alter. Ey. Der wusste auch, der wusste auch komischerweise, dass ich da unten hock. Ich hab ihn gar nicht gesehen, Alter. Den Hurensohn melde dich, Alter. Junge, diese, ich kann es nicht sagen, was ich denke, Junge. Mhm. Darauf hab ich nämlich jetzt gewartet. Ich hab noch nicht weitergekriegt gehabt. Ja.